Nur wer überheblich ist, hat den Drang, sich klein machen zu müssen und das ist, weil wir nicht zu unserer Grösse stehen und dann kommen Leute, die uns dann predigen, du hast Angst vor deiner Grösse. Nein, 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 Quatsch, keiner hat Angst vor seiner Grösse, aber viele haben Angst davor, was aus ihnen kommen würde, wenn sie gross wären, weil sie nicht an ihrem Charakter gearbeitet haben, nicht an ihrer Entwicklung und dann macht es wirklich Sinn, Angst davor zu haben, denn dann würden sie gross werden und unerträglich, brutal, rücksichtslos, egoistisch. Und deshalb müssen wir zuerst innen arbeiten, sonst lassen wir unbewusst unsere wahre Grösse gar nie zu, weil wir genau wissen, was dann zum Vorschein kommt und das wollen wir ja nicht, dass die anderen das sehen.